Guten Tag, ich liebe Jürgen Frömmauer Hause und am Morgen muss ich Kartoffeln Kraut vernichten. Das macht man, damit nicht die Blattläuse Krankheiten übertragen können, muss man das Kraut vernichten. Und Termin wird vorgegeben, wann welcher Tag bei welchem Ort wird. Aber ich habe ja Sackkartoffeln und da ist der heutige Tag der Tag, nein, 13. Ich habe gesagt, muss ich meine Kartoffeln Kraut vernichten. Mit der grossen Wassermenge, Empfehlung ist, 300 bis 600 Liter die Hektare ausgebracht werden, damit da die Pflanzen recht benetzt werden, damit sie nachher auch wirklich absterben. Kaffee Time.